Es sind Fotos, die sprechen. Aufgenommen im Vernichtungslager Auschwitz. Sie zeigen ungarische Juden bei den berüchtigten Selektionen. Bilder, die für das Grauen Auschwitz stehen. Knapp 200 Stück in einem vollständigen Album. Im Auftrag der SS hat er das Album erstellt, Bernhard Walter, Fotograf des Erkennungsdienstes in Auschwitz. In den Wirren des Kriegsendes nimmt er das Album mit, statt es zu vernichten. Wir wissen nicht genau, warum. Er hat dann nie eine Aussage zugemacht. Wahrscheinlich, weil er eigentlich ganz stolz auf diese fotografische Arbeit ist. Das ist so sein Claim to Fame, einmal mal so was fotografiert zu haben, was keiner vorhin vor ihm fotografieren durfte. Das Haus der Wannsee-Konferenz, ein Ort, der den Verlauf des Holocaust entscheidend prägte. Hier, wo das Schicksal der Juden endgültig besiegelt wurde, arbeitet der Historiker Christoph Kreuzmüller. Die berühmten Fotos der Selektion hat er zusammen mit zwei weiteren Kollegen neu erschlossen. Denn er vermutete, sie zeigen mehr als bisher bekannt. Abläufe des Grauens. Keine zufälligen Momente. Das Ende des KZs Auschwitz ist chaotisch und mörderisch. Seit dem 12. Januar 1945 ist die Rote Armee von der Weichsel aus auf dem Vormarsch Richtung Westen. Es geht rasch. Das führt bei der SS in Auschwitz zu großem Stress. Und in dieser Situation ist eben diese Unsicherheit, was machen wir? Und dann kommt es auch quasi zu einer Panik. Ein paar SS-Leute fangen an, auch noch Menschen zu erschießen, Häftlinge. Andere fangen an, sich zu betrinken. Andere versuchen, Spuren zu verwischen. Das letzte Krematorium, das noch belassen worden war, um vielleicht noch mehr Menschen verbrennen zu können, wird dann auch noch gesprengt. Also in so einer, wirklich so einem Kuddel-Muddel-Gemengelage von Panik, Brutalität und Mordlust, befindet sich Auschwitz dann. Denn die Rote Armee ist schneller als gedacht. Die SS muss irgendwie handeln. In der Nacht auf den 18. Januar 1945 schickt sie 58.000 Häftlinge zu Fuß zu den Bahnhöfen Gleiwitz und Loslau. Bei minus 20 Grad 60 Kilometer Weg. Für Tausende ein Todesurteil. Die, die die Züge erreichen, werden in die KZs Buchenwald, Mittelbau Dora und Bergen-Belsen gebracht. Und gleichzeitig verlagert sie die Bürokratie. Und zwar nach Nordhausen, in das Konzentrationslager Mittelbau Dora. Das wird sozusagen dann das Auffanglager für Auschwitz. Der gesamte Führungsstab der SS von Auschwitz geht dahin und die Registratur auch. Auf diesem Weg gelangen auch die Fotos von Auschwitz nach Mittelbau Dora. Dort lässt der Fotograf sie zurück, als er flieht. Zufällig findet sie eine Jüdin. Lili Jakob will bestimmt im April 1945 nicht noch mehr Fotos aus Auschwitz sehen. Aber sie nimmt dieses Fotoalbum aus Auschwitz mit, weil Familie da zu sehen ist. Lili Jakob übergibt es später an die Gedenkstätte Yad Vashem. Jahrzehntelang werden sie als Sinnbild für den Holocaust genutzt. Eher ungeordnet, pauschal, bis vor kurzem. Und dann haben wir aus den 200 Fotos, die es gab, einzelne Serien isoliert. Und haben diese Serien dann zusammengeführt und dann sieht man plötzlich Abläufe. An einem einen Tag gehen alle Menschen, die ermordet werden, die Lagerstraße zu den Krematorien. An einem anderen Tag gehen die Menschen so eine andere Straße zwischen den Waggons durch, zu anderen Krematorien. Man kann dann diese Abläufe sehen. Man sieht, wie die SS gehandelt hat. Mehr noch, der Fotograf greift ein, inszeniert die Abläufe, um sie besser, man könnte sagen, künstlerischer einzufangen. Für dieses Foto, Frauen und Kinder auf dem Weg zur Gaskammer, lässt er die Gruppe innehalten und sich zu ihm umdrehen. Hier stellt er sich direkt in den Eingang zu den Gaskammern, die ideale Perspektive, um die Gesichtsausdrücke einzufangen. Also er hat relativ große Gestaltungsmacht. Er will das natürlich inszenieren. Er will das als von allen möglichen Blickpunkten schön ins Bild setzen, wie erfolgreich die SS das Ermorden der Menschen, der ungarischen Juden organisiert hat. Auch wenn wir bisher die Menschen auf den Fotos als Opfer gesehen haben, die sie auch waren, so hat Christoph Kreuzmüller noch etwas entdeckt, das heute schier unvorstellbar ist. Man sieht, und das war uns ganz, ganz, ganz wichtig, man sieht den Protest. Es gibt vier Kinder, die dem Fotografen die Zunge rausstrecken. Und diesen vier Kindern haben wir das Buch auch gewidmet. Das ist natürlich so ein ohnmächtiger Protest, aber sie protestieren. Weil sie ein Fotograf in der größten Not ihres Lebens schön in Szene setzen möchte. Sous-titrage Société Radio-Canada